Weil sich träumen lohnt. Gregor Meile. Glauben fährt oft schwer. Was sie uns dann sagen, Freunde, können wir erst nicht verstehen. Was wir wirklich haben wollen, haben sie schon längst gesehen. Es ist ernüchternd, schon zu wissen, die meisten Chancen sind verteilt. Denn die Vernunft hat kein Gewissen, macht selbst vor Liebe niemals hart. Es bleibt die Antwort auf die Frage, die in deinem letzten Moment hat sich träumen. Weil sich träumen.